Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du, lass ich da aufbringen. Noch zwei. Oh, das war ein ganz blöd. Überraschend. Noch zwei. Komm. Das war schon zu kurz. Letzter. Und die Tür nicht legen. Die Kamera fortsetzen. Zu früh aufgehört. Lieder sehen. Ein bisschen höher. Muss den nicht. Zwei Zentimeter übers Netz kam. Ja, wo hast du dich gelassen? Das ist das Speck. Eine ganz blöde. Aber wieso da zwei? Ob sie noch einmal. Wurscht, wurscht, wurscht. Die kann dann auch rüber gehen später. Ich würde jetzt einmal Halbzeit machen. Mal anspringen. Ja. Das ist gar nicht was. Natürlich. Da war gleich da. Ja. Super. Super. Stimmt. Viel mehr bewilliger, Rego. Ja. Bravo, bravo, bravo. Und dein Gesicht hier. Der zählt einfach ab. Da wird sehr viel laut. Kommt. Bravo. Da ist das zweimal. Brauchst du nicht zweimal. Ja. Super Tropfen. Vorhand. Das kommt hin. Quatsch. Komm. Da war die Linie. Hast du gemerkt? Ja. 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 Entschuldigung. Ja. 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 Nein. Oh. Oh. Ganz knapp heraus. Meteoriten-Einschlag im Schwimmbaar. Ja, das war, eine Volley war sehr lang und war gut, vor allem ein bisschen später als ein Treffpunkt. Noch ein Serie, Gregor, mit Kraft. Ja, abgut. Hallo, Gregor. Okay. Ein bisschen fliegt, komm. Ja, das ist nice, sehr stabil. Noch drei Bälle, Gregor. Drei Bälle, eine Hand. Zwei noch. Eine noch. Aus, aus, aus. Super. Gut gewonnen. Aus, aus, aus. Danke. Aus, aus. 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 Vielen Dank.